Hallöchen und willkommen zurück bei Frenbow mit meiner Wenigkeit und der lieben Tulla. Hallöchen, klick auf die Pillen, klick auf die Pillen. Ja und... Huch! Hä? Papa war nicht da, Mama war es egal. Was? Wie Papa war nicht da? Das sind auf jeden Fall unsere Eltern, würde ich sagen, da im Hintergrund. Ja, aber wo war es? Hä? Aber der ist doch zerstückelt, dann war er doch vom Pull da. Ja, natürlich. Mama war es egal. Ja, die war auch zerstückelt. Was soll sie denn machen? Ich bin verwirrt. Weißt du, du bist mein geliebter Freund. Bip, bip, brrrr. Wenn du mich im Arm willst, versuch mich zu fangen. Brrrr, bip. Wenn du mich nicht fangen kannst, ist es, weil du mich noch nicht gefunden hast. Bip, bip. Was ist denn mit ihr? Das ist halt eine Roboterkatze, ne? Aber guck mal, die fährt sogar durch uns durch. Also wir könnten die schon fangen, wenn wir wollten. Hm. Haben wir vielleicht wirklich was irgendwie zu fangen? Können wir die mit dem Haken irgendwie festhalten? Hm. Brrrr, funktioniert nicht. Gut, dann nicht. Schade. Draußen ist alles viel gehabt. Okay. Schade. Dann gehen wir mal. Gehen wir aufs Klöchen. Oh, was? Der König mag Zeichnungen. Was zum Teufel war das? Irgendjemand hat hier etwas geschrieben. Interessant. Das gefällt mir nicht. Nee. Aber das war's schon. Wollen wir die Pillen weg? Ja, sofort. Oh Gott. So. Hm. Der Thron, der Thron ist leer. Auch ganz toll, dass hier ein Sichtschutz zwischen Toilette und Waschbecken ist, wo eh nur eine Toilette da ist. Das heißt, wahrscheinlich ist man dann alleine. Aber durchs Fenster gucken kann ja einfach jeder. Geil. Das ist ganz fantastisch. Mir war nicht klar, dass alle Leute mir beim AA machen zusehen können. Eklig. Ich kann und werde es zurückhalten. Gut. Gute Friend. Ich glaub nicht so gesund. Nee, aber... Eben bei den Pillen war auch links die Treppe verschlossen. Oh, warte. Das hab ich nicht gesehen. Ja. Was? Das war vorher noch nicht hier. Ja, dann machen wir uns wieder weg. Zack. Und tschüss. Huch. Ähm. Huch. Huch. Hier bist du. Du solltest auf dein Zimmer sein. Die Tür war verschlossen. Ich sagte, sie hat die offen gelassen. Ich sagte ja auch nicht, dass wir einen Schlüssel haben. Aber du hast die offen gelassen. Ich bin mir sicher, dass sie nicht offen war. Ich weiß es, weil ich sie abgeschlossen habe. Und wie bin ich dann rausgekommen? Sie war offen. Hm. Versuch nicht, mich reinzulegen. Geh zurück auf dein Zimmer und warte auf den Arzt. Ach Mist. Hm. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss hier rauskommen. Ja, dafür haben wir gerade wirklich keine Zeit. Was haben wir denn alles? Hä? Wo haben wir denn das Foto jetzt her? Das ist eine gute Frage. Oh. Das ist unsere Familie. Oh, meine geliebte Familie. Das beschütze ich mit meinem Leben. Ich vermisse euch so sehr. Ich brauche euch an meiner Seite. Ich werde mein Katerchen finden und dann zu dir kommen, Tante Grace. Pass auf, Tante Grace ist schuld an der ganzen Geschichte. Obwohl, nee. Mhm. Glaub ich nicht. Ich hatte erst den Gedanken, das wäre vielleicht der Plottwist. Aber die wusste ja gar nicht, dass wir sie belauschen, während sie mit dem Arzt diskutiert hat. Also das wäre tatsächlich Quatsch. Mhm. Ich weiß, dass Tante Grace sich gut um mich und Mr. Midnight kümmern wird. Ich wünschte, meine Eltern wären noch am Leben. Okay, das war's. Aber keine Ahnung, wo wir das jetzt eingesteckt haben. Das weiß ich auch nicht. Ich will nicht. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ja, du sollst doch auch nur mal gucken. Sitzt sie jetzt wieder hier? Nee. Wo ist sie denn hin? Vielleicht müssen wir jetzt versuchen, rauszukommen nochmal. Und das war halt Fail irgendwie. Weiß ich nicht. Ich würde... Oh! Oh Gott. Bist du aus deinem Zimmer ausgebrochen? Das ist nicht nett, Fran. Aber ich habe Hunger, Sir. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Ich will mir deine Ausreden nicht anhören, junge Dame. Doktor, Sir, bitte lassen Sie mich raus, damit ich was essen kann. Du musst lernen, Erwachsenen zu gehorchen. Ja, ich habe meine Lektion gelernt. Natürlich, Sir. Lektion gelernt. Tu es einfach nicht noch einmal, Fran. Geh und iss jetzt was. Dann zurück ins Bett mit dir. Genau, wir tun nämlich jetzt so, als würden wir auf den Arzt hören und so, weißt du? Hm, schlau. Ja, und dann gehen wir einfach. Haha. Es sind, es sind. Ja, huch. Dieses Tor ist fest verschlossen. Was piepst denn da? Ist das der Alarm da oben? Ja. Hm. Ich frage mich, wofür das blinkende Licht gut ist. Das ist sehr hypnotisch. Ich wünschte, ich könnte es ausschalten. Ja, das wird auch wahrscheinlich the way to go sein. Vielleicht geht das Tor wieder weg, wenn du die Pillen nimmst. Ich probiere das gleich, ja. Huch. Nee. Nicht ganz. Ähm. Ähm. Uhr? Oh, diese Uhr klingt komisch. Es fühlt sich an, als flüsterte sie mir ins Ohr. Boah, aber richtig laut. Ja, ich verstehe nicht, was sie sagt. Oh, krass. Wer ist das hier? Hallo da oben. Miss. Dein Kleid ist sehr hübsch. Wunderschön. Meine Mutter hatte auch sehr hübsche Kleider. Wow. Eine blutende Uhr. Es ist, als wäre die Zeit kaputt und angehalten. Ich finde Uhren ein bisschen bedrückend. Ja, geht so. Ja, okay, sie fragt, wofür das Bild wirklich gut ist. Nee, aber wir können hier, glaube ich, gerade. Da ist noch ein Bild. Sir Oswald Harrison, ein bärtiger alter Mann. Ich frage mich, warum er diesen Ort erbaut hat. Vielleicht hatte er ein verrücktes Kind und wollte es loswerden. Ja, vielleicht. Weiß man nicht, ne? Die gelbe Tür, da ist mein Ausweg. Ich muss sie öffnen. Aber wie? Phil hat gesagt... Dass das Büro des Arztes der Schlüssel ist. Ja, hat er wohl. Phil hieß der, genau. Das Empfangzimmer. Hier kannst du immer eine Krankenschwester finden. Ich könnte hier lächeln und mich verneigen und die Krankenschwester bitten, das Tor zu öffnen. Aber andererseits würden sie wirklich glauben, dass ich wahnsinnig bin. Wahrscheinlich. Ich glaube auch. Glauben sie eh schon. Ja. Oh Gott. Hol den Schlüssel. Ähm. Warum? Igitt. Mein knuspriger Schweinskopf. Bereits zum Servieren. Ich frage mich, wer das wohl essen würde. Ich glaube, mein Katerchen hätte davor Angst. Ja, dein Katerchen nur. Klar, du... Aber wieso ist der knusprig? Ich weiß es nicht. Riecht sie denn jetzt auch nach Speck? Äh. Oh, wow. Äh. Äh. Mr. Schwein ist nackt. Mr. Schwein hat keine Flügel zum Fliegen. Einen fliegenden Mr. Schwein sehe ich hier nicht. Warum? Was ist los mit dir? Warum sollten Schweine fliegen? Weiß nicht. Oh, wow. Klebrige, blutige Teile. Ich will es nicht anfassen. Doch, tu es. Welcher Teil des Körpers das wohl ist? Gedärme, meine Gute. Das sind Gedärme. Hol den Schlüssel. Ich mach mal Pillen kurz wieder weg, ne? Mhm. Och, da sitzt jemand. Huch. Hi. Und wir reden hier von... Das ist die aktive. Ja, und wir reden hier von knusprigen Schweineköpfen. Ob er das gehört hat? Da ist der Schlüssel. Ja, das heißt, wir müssen den hier auch loswerden. Kommen nicht an diese winzigen Fenster heran. Ah, was haben wir hier? Oswald Asselum, Chef der Kinderpsychiatrie, Dr. Marcel Dehren. Patienten, heutige Besucher, Anni Schulz, Damien Goldsman, Fillmore, Bronstone, Charles Hick, Frenbo, Jason Codd und Lisbeth Morg. Okay, also Fillmore, Jason und Lisbeth haben Besuch bekommen heute. Ob das wichtig ist? Vielleicht. Ich weiß nicht. Weiß auch nicht. Wir schauen mal. Ah, da ist das Büro. Hey, entdeck von der Bürotür. Entschuldigung. Wir kommen doch schon noch rein. Ich rede mal mit ihm. Sir, der Schlüssel, der da oben hängt, kann ich ihn haben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Was ist denn mit ihm? Ich möchte jetzt diese Antwort geben. Ich möchte A sagen und ich werde A sagen. Was für ein Mist, Gell? Du kannst dein Popo lecken. Ach so, er reagiert ja gar nicht drauf. Schade. Schade. Wenn ich den Notdienst anrufe, würden sie mir sicher nicht helfen. Dieser Tisch ist überhaupt nicht interessant. Ich will nicht einmal in der Nähe dieses Wachmanns sein. Ja, das glaube ich. Ich gebe dir Schlüssel, wenn du mir einen Kuss gibst. Was er denn für einer, ey? Ih. Ja. Okay, das war es ja. Ah ne, Tafel haben wir noch. Diese Tafel ist leer. Keine Kutzelein. Wir haben auch keinen Stift. Da liegt doch keine. Mal doch was, friend. Nein, sie will nicht. Dann gehen wir mal weiter. Oh, Mädchen. Ich quatsch mal zuerst mit ihr. Hallo. Geht's dir gut? Was soll das heißen? Ich wollte nur wissen, ob's dir gut geht. Mehr sag ich nicht. Der Arzt wird deinen Kopf aufschneiden, wenn du nicht gehst. Er isst gerne Gehirne. Meins hat er bereits. Er hat all meine Gedanken gegessen. Er hat dein Gehirn gegessen? Deins wird er auch essen. Ich hab dich im Büro des Arztes gesehen. Du warst tot. Oh nein. Dann muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Ciao. Ich liebe das. Ich glaube, es ist wieder Pill-Time. Anni, einmal gucke ich zur Tür. Und dann. Es fühlt sich an, als würde eine kühle Brise der Traurigkeit durch diesen Zaun hindurchwehen. Ich frage mich, was sie dort unten wirklich tun. Vielleicht will ich es gar nicht wissen. Oh, wie traurig sie dann guckt. So, bist du bereit? Ja. Bäm. Ja, und da ist wieder so ein Trauma-Vieh. Oh nee. Teddy, guck mal. Ihh. Teddy-Bär, was machst du da? Krabbeln. Bist du unterwegs zu einem anderen Teddy-Bären? Sag ihm Hallo von mir, wenn du ankommst. Ähm. Ob der jetzt wirklich durch die Tür krabbelt und dann in dem anderen Raum ist? Das würde mich interessieren. Ich glaub nicht. Meinst du nicht? Ja, in der Zeit können wir ja mal mit dem Monster hier reden. Es ist zu hoch. Vielleicht könnte ich dich an ein anderes Fenster... Du sollst nicht durchs Fenster schauen. Hier, den meine ich. Ich werde dich auslachen. Ich werde dich anlügen. Ich werde dich verstecken in den Schatten. Okay, das machst du ganz toll. Lauf, kleiner Teddy, lauf. Komm, du schaffst das. Schneller. Geh, geh, geh. Schneller. Ob er wirklich ankommt? Wer weiß. Ob er wirklich richtig steht? Ja, ich weiß auch nicht. Krabbel, schneller. Los, schneller. Ich geh sie hin. Äh. Wow, hier gibt's einfach so viel. Und hier geht's auch noch weiter nach links. Fangen wir hier an. Die Standuhr ist groß und prachtvoll. Tick, tock, tick, tock. Es hört nie auf. Ja, aber Uhren magst du sowieso nicht. Oh nein, die Krankenschwester ist gestorben. Ich frage mich, wer das getan hat. Ich weiß nicht. Natürlich nicht. Sie riecht echt schlimm. Fühlt sich an, als würde der Geruch an mir kleben bleiben. Lecker. Äh. Was haben wir hier? Schokolade. Mh, lecker. Ich mag keinen bitteren Kaffee. Das Menü des Tages. Hm, Pasta. Also Pasta, Schokolade und Kaffee. Den Sinn ich mag. Das Signal ist komisch. Das ist bestimmt, weil wir so weit weg von allem sind. Verstehe nicht wirklich, was sie sagen. Hm, wundert mich jetzt nicht so. Mama hat es geliebt, Rosen zu malen. Ach, mehr sagt sie nicht. Okay. Teddy. Vielleicht will der andere Teddy ja doch hier hin. Das Sofa, auf dem man sitzen kann. Nein, wirklich. Boah. Aber sie mag ja nicht sitzen. Ja, nee, ich kann mich nicht hinsetzen. Das Sofa ist besetzt. Das riecht wie A-A. Hä? Ähm. Okay. Okay. Ja, es ist gut. Guck mal hier, es will der Arzt. Wenn sie das sagt. Ich mag dieses Bild nicht. Es fühlt sich an, als würde Mr. Oswald mich anstarren. Ich schätze, Mr. Oswald ist sehr alt. Alt genug, um tot zu sein. Ich mag dieses Bild nicht. Es fühlt sich an. Achso, das hatten wir schon. Jetzt Handtücher? Mr. Midnight, bist du hier? Anscheinend nicht. Tu meine Güte. Wie soll ich nur mein Katerchen finden? Weißt du? Sie ist halt gar nicht besorgt oder so, wie es hier überall aussieht. Nee. Couch ist einfach besetzt. Ist doof. Kaffee ist kacke. Aber sonst ist hier alles tot. Und es riecht nach A-A. Ja, genau. Die Krankenschwester ist tot. Da fliegen schon. Die fliegen drum rum. Alles easy. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge. Alle schämen sich für dich. Der Arme. Oh. Oh, Mann. Das dumme laulig. Geh mal weiter. Sie sind tot. Boah, lecker. Piepmatzvogel, ich mag dich. Ich wünschte, du könntest mich von ihr wegbringen. Kannst du das? Flieg weg. Worauf wartest du? Also, ich weiß ja, dass sie wirklich einen an der Klatsche hat. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber die ist jetzt, also die ist 10. Und redet wirklich mit Bildern. Ich weiß, es ist nicht das Weirdeste, was hier gerade abgeht. Aber irgendwie ist es das, worüber ich die ganze Zeit gedanklich so stolpere. Irgendwie hat sie einen ganz, ganz komischen Charakter. Ja. Dieser heilige Mann hat dich ganz ausgezogen. Oh, wie hübsch all diese Rosen doch sind, oder? Deine Mama glaubt dir nicht? Äh, ich weiß, was da passiert ist. Ich möchte da nicht drüber nachdenken. Danke. Hm. Das will ich nicht. Ich hab keinen Hunger. Das ist ja auch was zu trinken, du blöde Pute. Bitte, sag mir, ob du mich hören kannst. Warum hast du diese Kreatur neben dir? Sie starrt dich an. Vielleicht will sie dich auch fressen. Ja, vielleicht. Nicht nur vielleicht. Ja. Okay, das ist einfach nochmal der Spielplatz. Waren wir hier noch? Sie ist lebendig. Wenn ein Katerchen hier wäre, würde er sie sicher angreifen. Hoffentlich folgt sie mir nicht. Wer ist denn sie? Was soll denn das sein? Sie, die Gedärme. Keine Ahnung. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Diese Tür ist nachts immer verschlossen. Ich kann nicht rausgehen und spielen. Ich schätze, ich muss bis morgen warten. Aber das ist ja lächerlich. Ich muss mein Katerchen finden. Ne, wir müssen jetzt erstmal uns entpillen. Entpillen. Ah. Besser. Ja, okay. Zur Tür sagt sie nochmal dasselbe. Ich glaub, nach draußen gucken brauchen wir auch nicht zweimal. Mhm. Annie trinkt liebend gerne Milch. Wie ein Kätzchen. Leider ist sie nicht mein Kater. Ich werde sie vermissen. Und sie wird sich wohl nicht an mich erinnern. Hä? Vielleicht ist Annie eine, die gerade rausgekommen ist. Oh, das ist möglich, ja. Fass mein Schwert nicht an. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass es deins war. Du solltest dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin der König. Ich spiel mal mit. Oh, ich verneige mich vor dir, Sir. Nun gut, mein Kind. Was ist der Anlass deines Besuchs? Ich will deinen Gehstock. Welcher Gehstock? Meinst du mein Schwert? Ja, eure Hoheit, dein Schwert. Was würdest du mir dafür geben? Alles, was du brauchst, eure Hoheit. Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann werde ich dir mein Schwert überlassen. Teurer Preis. Ja, aber als Schloss, weiß ich nicht. Da wird das Karussell wahrscheinlich nicht zählen. Aber wir hatten das Schaukelpferd bei uns im Zimmer. Stimmt. Und Schloss müssen wir mal gucken. Da finden wir bestimmt was. Na, ich dachte, wir hätten vielleicht schon was. Ähm, so. Jetzt Durst oder Hunger? Das will ich nicht. Ich hab keinen Hunger. Äh, 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 äh. Nee, zu den Bildern sagt sie auch nochmal dasselbe. Ach, guck mal. Ach, ist das vielleicht Annie? Ich weiß nicht. Ich red mal. Hey Annie, wie geht's dir? Hast du keine Axt vor mir? Nein? Warum? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Zaubertricks? Ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Zeig's mir. Dir zeigen? Aber das ist sehr gruselig. Mach du es lieber. Das kann ich nicht. Ich bin kein Zauberer. Ich kann dir das magische Zeug geben. Wirklich? Juhu! Ja, das magische Zeug, das jeden einschlafen lässt. Oh, das ist unglaublich. Gewaltig und großartig. Hier, ich schenke's dir. Nimm es, aber langsam. Aha. Oh, das möchte... Achso, ich kann sie fragen, okay. Na gut, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich mag Annie, aber die ist schon ein bisschen seltsam. Ich möchte das mal untersuchen. Magische Zeug, um alle einschlafen zu lassen? Das ist bestimmt eine Schlaftablette. Ja, und das müssen wir dem Wärter geben. In seinen Kaffee. Dann kommen wir nämlich an den Schlüssel. Ja, vielleicht hier sogar schon. Das haben wir hier schon. Achso, das hat man schon. Nee. Okay. Ich glaube, zu allen Dingern sagt sie immer das Gleiche. Außer das, was sich verändert hat. Ja. Auch so Bilder und so. Mhm. Vielleicht sagst du... Gut. Der Junge hat sich verändert. Hallo, bist du hier neu? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein. Kommst du von unten? Mhm. Sie glauben, dass es mir jetzt besser geht. Wie heißt du? Könntest du mich bitte umbringen? Bitte. Klar. Bang. Du bist tot. Danke. Ich kann jetzt nicht plaudern. Ich bin tot. Oh, wow. Der Arme. So, aber hierzu sagt sie ja was Neues. Das stand ja alles gerade gar nicht auf dem Tisch. Da lag ja einfach die tote Krankenklasse drauf. Hm. Etwas Limonade. So viel Durst habe ich nicht. Ich vermisse Mr. Midnight. Das ist alles, was ich weiß. Oh. Diese Zimtschnecke würde mir geradezu auf der Zunge vergehen. Oh, vielleicht kannst du die Pille auf die Zimtschnecke machen. Ja. Oh, das ist jetzt ein magischer Kuchen. Ein müde, müde Kuchen. Der müde, müde Kuchen einfach. Das ist gut. Der müde, müde Kuchen. Ich frage mich, ob diese Nudeln heute gekocht wurden. So wie es aussieht, nicht. Der Salat sieht aus und zweimal frisch aus. Milchige Milch. Dieser Karton ist sicher ganz sauer. Wie immer. Oh, wow. Lecker. Der Karton ist sauer oder die Milch? Sie hat gesagt, der Karton ist sauer. Hallo. Oh, hallo Fran. Fran, wie geht es dir heute? Ich sehe tote Tiere, Miss. Du meinst im Fernsehen? Hm. Oh, hilf mir mal. Ich weiß nicht. Bei den Gesprächen mit den Kindern ist es immer recht eindeutig, was ich sage, weil das eine ist irgendwie immer, okay, ich gehe jetzt oder das Gespräch weiterführen. Aber jetzt nicht. Aber die lassen dich ja nicht raus, solange du so verwirrt bist, ne? Aber die lassen uns doch generell nicht hier raus. Ich meine, wir sind in einer Irrenanstalt. Ja, okay. Ach komm, was soll's. Nein, ich meine wirklich. Ach, egal, vergiss es. Sehr wohl, Fran. Geh und spiel jetzt mit deinen Freunden. Ja, dachte ich mir nämlich, dass die das überhaupt nicht interessiert. Oh. Oh je, wo geht Annie denn hin? Ich weiß nicht. Die hat auch Bauchweh, so wie es aussieht. Ich geh mal hinterher, das interessiert mich jetzt. Annie, wo gehst du hin? Kannst du vielleicht auch ein bisschen schneller, so? Nein. Nur ein bisschen? Sie hat mini winzige Beine. Ja. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass das jetzt überhaupt gar keinen Sinn hat, dass wir da hinterherlaufen. Aber bisher hat sich noch kein Charakter großartig durch die Welt bewegt. Deswegen bin ich da jetzt schon neugierig. Das stimmt. Ach, Annie. Jetzt geht sie einfach nur in ihr Zimmer. Das kann sein, kann sein. Aber vielleicht macht sie da noch irgendwas. So. Okay. Hä? Annie. Hallo, Annie. Ich bin deswegs. Ich kann aber auch gar nicht mit ihr interagieren. Hä? Hä, das ist doch unser Bett. Und jetzt sagt mir nicht, sie geht einfach wieder zurück. Haben wir das wirklich jetzt ganz umsonst gemacht? Geht sie einfach wieder zurück? Ja. Und. Okay. Wenn sie da jetzt rausgeht, weiß du Bescheid. Ja, ich guck. Hä? Ich geh davon aus. Ja, ja, ja. Okay, komm. Dann lassen wir Annie jetzt mal Annie sein und gucken einfach in der nächsten Folge, wie wir weitermachen. Ja, das ist eine gute Idee. Außer wir laufen jetzt noch hundertmal hinterher. Geht auch. Geht auch. Würde ich aber nicht so bevorzugen, muss ich zugeben. Okay. Nicht. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020